So, dann will ich mal zum nächsten Produktbereich, nämlich zur Großflächensee-Technik. Und mal schauen, was der Kollege Mathis uns so mitgebracht hat. Hi Mathis! Hi Dorina, moin! Genau, wir stehen im Bereich der Großflächensee-Technik und Mathis, ich hoffe, die Stimme geht noch einigermaßen. Ja, noch geht's. Sehr gut. Ja, dann erzähl mal gerne, was hast du uns hier für Highlights mitgebracht? Ja, Highlight ist ein gutes Stichwort. Wir müssen einfach mal hinter mich schauen. Und zwar haben wir hier unsere neue Cirrus, 9 Meter Arbeitsbreite und richtig viel Behältervolumen. Das heißt, wir können hier 5.750 Liter laden, 60-40 ist der Behälter geteilt. Das heißt, ja, sie rüsten sich damit für die Herausforderungen der zukünftigen Landwirtschaft, dass wir auch mehr Produkte ausbringen können oder auch mal einen Starterdünger mit zur Saat geben können. Das hört sich schon mal sehr gut an. Dann, finde ich, fällt vor allem noch der riesengroße Verteilerkopf im Heck der Maschine auf. Was hat das mit dem neuen Verteilerkopf da auf sich? Ja, am besten gehen wir einfach mal ein bisschen in die Richtung des Verteilerkopfes. Und zwar ist dieser Verteilerkopf eine Neuentwicklung von uns. Das heißt, wir machen es da möglich, dass wir wirklich eine Einzelreihen-Schaltung haben. Das heißt, sie fahren in ein Vorgewende, 45-Grad-Winkel zum Beispiel. Da schaltet dann jede einzelne Reihe perfekt ab. Keine Überlappung in den Zonen am Vorgewende. Das heißt, wir bringen wirklich die Saat präzise aus und fördern dadurch die Vitalität der Bestände und sparen natürlich Saatgut und Dünger. Das klingt sehr gut. Was gibt es sonst noch für Highlights hier an der Maschine, auch im Bereich der Schartechnik? Ja, also wir haben hier unser normales Twintech-Shar verbaut. Das kennen Sie auch schon aus unseren anderen Maschinen. Wir haben hier aber eine Besonderheit und zwar keine Clips, keine Kurbeln. Wir machen sowohl die Säetiefenverstellung als auch die Schardruckverstellung hier voll hydraulisch über diese Zylinder. Also mit hohem Bedienerkomfort. Ich würde sagen, Mattes, besten Dank dir. Gerne. Und wir schauen mal, welchen Kollegen wir als nächstes zu backen bekommen und sehen uns gleich wieder im nächsten Produktbereich.